Eine günstige Aktivität als Alternative zu den Heißluftballonfahrten in Cappadokien, die aktuell ca. 150 bis 200 Euro kosten? Diese Ballonfahrten sind weltweit berühmt, aber für viele unbezahlbar. Für ca. 15 Euro pro Person könnt ihr die wunderschöne Aussicht mit einer Safari-Tour genießen. Manche sagen sogar, von unten sieht's besser aus. Fragt mir für mehr.